Was bringst du mit dem Lachen? 10 Sekunden Ich bin der Sascha Dina Mirko Mein Name ist Alim Nenna Michelle Ich arbeite hier im Marketing Sensorproduktion Ich bin Teamleiterin Export- und Auftragsabwicklung Senior Projektleiter Technischer Projektleiter Technischer Projektleiter Chemielaborantin in der Qualitätskontrolle Freunden temporär oder Monteur und jetzt bin ich Werkstattleiter Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren bei Swan Ich bin schon mehr als 13 Jahre hier Knapp sechs Jahre Seit 14 Jahren und es gefällt mir wie am ersten Tag Die Firma bietet gute soziale Leistungen Erhöhte Kinderzulage Vier Monate Mutterschaftsurlaub Ich finde es voll cool, wenn wir da einen Fitnessraum den ich eigentlich viel öfter brauchen Ich komme mit dem ÖV in die Arbeit Ich finde es toll, dass sich Swan an den Abo-Kosten beteiligt Ich schätze den Austausch mit meinen Kollegen und dass ich immer wieder Feedback bekomme Von Anfang an habe ich da die Möglichkeit bekommen mich persönlich sowie auch fachlich weiterzuentwickeln Dass ich etwas Neues, etwas Spezielles Neues habe dazulernen, das gefällt mir Werde, die bei der Swan gelebt werden sind für mich Gemeinschaftsgeist Teamwork Verständnis Ein wertschätzender Umgang Zusammenhalt Man kann sich einbringen Man kann selber Dinge umsetzen und das überzeugt mich weiterhin hier zu bleiben KonsIC между natES BIT 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 Vielen Dank.